Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von den Minecraft Monkeys. Heute stelle ich euch den Dividierer vor. Er ist 8 Bit, kann aber aus bestimmten Gründen nur 7 Bit verrechnen. Dazu gebe ich dann beim Tutorial in 1, 2, 3 Minuten mehr Infos. Vorab wie immer, den Dividierer könnte man auch so bauen wie den Multiplizierer, also mit einzelnen Blöcken. Das ist auf jeden Fall schneller, aber auf jeden Fall auch größer. Und den Multiplizierer könnte man so bauen wie den Dividierer. Das heißt mit Loops und einem Clock und einer Kontrolllogik und einem Blah und so weiter. Wie gesagt, ich wollte beide Taktiken vorstellen. Zunächst, hier haben wir die drei Befehle, also get ready, let den User Input in den Dividierer. Wir teilen den Dividend durch den Divisor oder so, also die oberen Inputs durch den Netherbrick Input. Ähm, dann wird dadurch das Zeug da reingeladen. Wenn wir eine Rechnung ausgeführt haben, können wir alles resetten. Also wirklich alles, jedes einzelne Register, den Counter, den Clock. Und das hier ist der Startbefehl, der sagt, rechne. Hier hinten sehen wir dann noch den Bildschirm und eine kleine Fackel, die uns sagt, wann er mit Rechnen fertig ist. Wenn die Fackel angeht, hat er schon gerechnet. Ähm, aber zunächst eine kleine Rechnung, damit ihr seht, dass es funktioniert. Die Rechnung, die wir ausführen werden, ist, ähm, 15 geteilt durch 3. Dann gehen wir hier runter, klicken auf get ready und dann starten wir. Der Clock ist noch variabel, ich habe den mal zur Sicherheit ein bisschen runtergesetzt. Ähm, zum Bildschirm, das hier ist der Output, beginnt bei 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Diese Fackel wird angehen, wenn, äh, das Teil fertig gerechnet hat. Ah, es hat fertig gerechnet und 15 durch 3 ist 5. Eine kleine weitere Rechnung, die nicht so lange dauern sollte. Wir nehmen den Startbefehl raus, resetten das Ganze. Und rechnen 3 geteilt durch 1. Wow, 3 durch 1. Get ready. Sollte drinnen sein. Und Start. Und 3 durch 1 ist 3. So, jetzt zum Aufbau von dem ganzen Teil. Es ist wirklich nicht allzu schwer. Ähm, Wir haben in der Mitte eine Mini-ALU, die nur Minus rechnen kann. Die rechnet immer den Blauen minus den Roten. Mehr kann die nicht. Nur Minus rechnen. Nicht Plus, nicht End, nicht XOR, gar nichts. Nur Minus. Ähm, das geht folgendermaßen. Wenn ihr Blau minus Rot rechnen wollt, ähm, Blau minus Rot, dann negiert ihr den Blauen Input. Nur den Blauen. Invertiert den Output. Und das war's. Dann rechnet das Teil auch schon Minus. Ähm, die einzigste Stelle, wo die Sachen, die Ausgaben von der ALU wieder hingehen, sind hoch zu den Eingängen von den Registern. Die werden nur beim Clock-Signal aktualisiert. Nur wenn da hinten vom Haupt-Clock ein Signal kommt, werden diese grünen Blöcke aktualisiert und gehen wieder zum normalen Input. Ähm, sobald ein Clock-Zyklus abgeschlossen hat, äh, geht es hier raus zu dieser roten Line, also das hier ist der Clock. Geht hier raus in diesen Edge-Trigger und setzt einen binären Counter, inkrementiert einen binären Counter, bestehend aus T-Flip-Flops. Das hier wird die Ausgabe sein. Dazu gleich mehr. Ähm, ja, was bringt uns das, wenn wir die ganze Zeit Minus rechnen? Beispiel 15-3. Wir rechnen 15-3 ist 12. Das heißt, hier hinten steht danach 12. Der Grund, warum wir deshalb das 8-Bit eigentlich nur 7-Bit verrechnen kann, ist, weil wir das Zweier-Kompliment nutzen. Der letzte Full-Adder zeigt, wann das Ergebnis negativ ist. Das heißt, also das bedeutet, wenn dieser Bit angeht, ist das Ergebnis kleiner als 0 und geht hier hoch an diesen Signallängendetektor, wenn da irgendwie ein falscher Carry schnell durchkommt oder eine Zahl zu kurz an ist, dass da nichts Falsches passiert an dem Signallängendetektor. Und stoppt dann sofort den Clock, setzt dieses Arrows-Knowledge um, was den Clock stoppen wird. Was dieser Bit auch macht, ist, er gibt die Ausgabe von diesem, ähm, von dem binären Counter, gibt er frei. Also der geht an, das hier geht an, stoppt den Clock, das heißt, der Wert, der im Moment hier drin liegt, kommt nicht mehr raus, der bleibt einfach drin. Also dieser Bit bleibt an, lässt die Outputs von dem binären Counter raus, die gehen auf diesen tollen Bus und zu unserem Bildschirm. Des Weiteren gehen die auch noch hier zu dieser Status-Fackel da drin. Wenn dieser Bit nicht angeht, läuft der Clock ganz normal weiter und nach jedem abgeschlossenen Taktzyklus wird dieser Counter inkrementiert, also plus 1 gerechnet, binär natürlich, und die Register werden aktualisiert. Und, ähm, sofort beim Start setze ich die Binär-Counter auf 1, bei Ergebnissen wie 2 durch 5 kommt dann also gezwungenermaßen, ich, warte, Moment mal. Jupp, bei Ergebnissen wie 2 durch 5 kommt dann nicht 1 raus, weil, wenn wir auf Get Ready drücken, kommt der Wert sofort hier durch und verhindert sofort, dass der Clock takten kann. Also 2 durch 5 ist 0. Äh, einen Reste-Bildschirm, wenn wir zum Beispiel 7 durch 2 rechnen, ist das Ergebnis ja 3. Und der Rest, was übrig bleibt, der Rest, was übrig bleibt, wird hier oben an den grünen Registern angezeigt. Das heißt, 6 durch, 7 durch 2 wäre 3 am Output-Bildschirm, plus eine 1 in diesem Register. Hier, die Line hier würde dann angehen, die hier. Gehen wir das Beispiel mal durch, 15 geteilt durch 3, 15 minus, zuallererst wird 15 minus 3 gerechnet. Das heißt, hier oben kommt sofort wieder 12 an. 12 ist nicht größer gleich 0, äh, 12 ist größer gleich 0, Entschuldigung. 12 ist größer gleich 0, das heißt, der Takt kann weiterlaufen. Dann steht hier oben 12. Äh, was ganz wichtig ist, dieses Register, der Wert aus dem Register, wird sofort bei dem ersten Taktzyklus gelöscht. Dass der hier nicht das Ergebnis verpfuscht, wird das erste, das obere Register, die 15 in dem Fall, gelöscht. Der nächste Input wäre in dem Fall dann die 12 hier. Der untere, das untere Register, die 3 in dem Fall, bleibt die ganze Zeit an, liefert stetig den Wert an die Alu, äh, minus 3. Wir rechnen also nicht mehr 15 minus 3, sondern 12 minus 3. Was hier jetzt hinten rauskommt, wäre dann 9. 9 ist größer gleich 0, also weiterlaufen lassen. Der höchste Bit hier, der ganz linke, geht also nicht an. Und stoppt den Counter, stoppt den, das Programm nicht. Stoppt den Takt nicht. Dann steht jetzt 9 am Output, wird übernommen. Dann wird 9 minus 3 gerechnet, ist 6. 6 ist größer gleich 0. Wieder rein. 6 minus 3 ist 3. 3 größer gleich 0. Geh wieder rein. 3 minus 3 ist 0. Ähm, 0 größer gleich 0. 0 minus 3 ist minus 3. 2er Komplement, der Bit wird anspringen, er wird den Takt stoppen. Und wird hier unten den Binär-Counter zum Output-Bus weiterleiten. Es ist einfach nur, um das jetzt kurz zusammenzufassen, eine Aneinanderreihung von Minus-Rechnungen. Und zwar immer den oberen minus den unteren. Der untere bleibt die ganze Zeit gleich. Der obere wird die ganze Zeit neu übernommen. Und zwar vom Output. Ihr seht in der Beschreibung einen Assembler dafür und eine Beschreibung in Menschensprache. Mehr oder weniger. Insofern man Mathe als Menschensprache bezeichnen kann. Ähm, danke fürs Zusehen. Wenn ihr es nicht verstanden habt, fragt bitte nach. Oder lasst es bleiben. Mir doch Wurst. Äh, sozusagen. Und, ja. Das Gematic findet ihr auch in der Beschreibung. Das war's. Ciao.